Trennung bei Pietro Lombardi und Laura Maria Reiper? In den letzten Tagen gab es immer mehr Hinweise, die für ein Liebes aussprachen, und nun sollen weitere Details durchgesickert sein. Laura Maria Reiper? Kryptische Worte sorgen für Trennungsgerüchte. Was ist bloß bei Pietro Lombardi, 31, und Laura Maria Reiper, 27, los? Diese Frage stellen sich derzeit wahrscheinlich ziemlich viele Fans des Paares. Seit die Beziehung 2020 an die Öffentlichkeit gelangt war, durchlebten der DSDS-Star und die Influencerin viele Höhlen und Tiefen und trennten sich schon mehrfach. Und das soll laut Bild auch jetzt wieder der Fall sein. Vor wenigen Stunden heizte die 27-Jährige die Gerüchte um ein Liebesaus mit vielsagenden Worten an. In ihrer Story erklärte sie, ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle. Ich bin enttäuscht und muss mich erst mal sammeln. Wir hören uns. Pietro Lombardi, Trennung von Laura Maria Reiper, er soll niedergeschlagen sein. Außerdem entfolgte sie Pai und dessen Ex Sarah Engels, 31, bei Instagram, wozu sie sich wenig später erneut im Netz äußerte. Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung. Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat das alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Ich habe mich nie zu diesem Thema geäußert und werde es auch vorerst nicht tun, so die 27-Jährige. Sie habe immer ihren Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte, etwas zu sagen. Worte, die viele als deutliche Abrechnung in Richtung Sarah Engels werteten. Die schweigt bislang zu dem ganzen Thema, genau wie Pietro Lombardi selbst. Gala.de ließ er über sein Management mitteilen, sich noch nicht zu den Spekulationen um seinen Beziehungsstatus äußern zu wollen, in dem gemeinsamen Haus nächtigt, der phänomenal Interpret aber derzeit nicht. Laura Maria Reiper verriet ihren Followern nämlich, dass ihre Mama derzeit zu Besuch sei, weil sie nach dem Einbruchsversuchs vor wenigen Wochen ungern alleine hier im Haus sei. Wo sich der Musiker aktuell befindet? Unklar. Auf seinem Instagram-Account ist es derzeit verdächtig still. Wie Bild aus dem Umfeld des Paares erfahren haben will, sollen er und Laura sich derzeit tatsächlich erneut in Trennung befinden, womit es dem 31-Jährigen nicht besonders gut gehen soll. Die Zeitung schreibt, Pietro geht es nicht gut in diesen Tagen. Er soll niedergeschlagen sein, steht neben sich.